Ich hab den Weg verloren. Ich hab mein Ziel vor Augen verloren. Du hast grad irgendwie zwei Sachen miteinander gemischt. Das Ziel hast du den Augen verloren und das Ziel vor Augen haben. Und du hast es grad gemischt. I am the combiner. Wo ist denn die Linguistik hier? Ich hab aber den Stein abgeschmissen. Oh scheiß Reh! Gibt es eigentlich Bären in dem Spiel? Ich glaube nicht. Okay, Alter, weil sonst wärs echt schlimm. Wo ist mein Spiel? Wo ist die Scheißwaffe? Nächsten Stopp. Okay, ich würd aber sagen, wir sind eigentlich schon relativ weit gekommen. Ich hab schon relativ viele erkunden. Wir haben schon ein paar Bases entdeckt von den Eingeborenen. Wo ich eigentlich sowieso dachte, dass es viel weniger gibt. Und wir haben schon ein paar von den Zielen abgehakt. Das Boot haben wir auch schon gefunden. Gab es nicht noch so eine riesige Siedlung? Es gab mal irgend so einen komischen Trailer von The Forest. Wo es so eine echt riesige Siedlung gab. Oder ich bilde mir das jetzt grad ein aus meiner Erinnerung. Aber es kann sein, dass es sowas auch gab noch. Und es gibt ja anscheinend so einen Boss von den Eingeborenen, ne? Oh, wir gucken unsern die Vögel an, wir halten mal kurz die Schnauze. Ich hab von meinem Gesicht reingeflogen. Warte, ich muss wieder eine Fehler droppen. Na komm, ich droppe eine Fehler. Na komm. Fehler neben nicht. Aber ganz ehrlich, wo ist mein scheiß Speer hin, ne? Max und die Suche nach dem Speer. Ab jetzt im Kino. Ab jetzt im Kino. Folge 7 und ab jetzt im Kino. Zwei Dumme, fast derselbe Gedanke. Jetzt ist nur ein Joke, wo ist ein Scheiß Speer. Der Stimme jetzt im Wasser grade. Ja, ist auch ein bisschen schwierig, wenn der Speer so aussieht, wie einfach nur so ein Ast oder so. Ist das dumm aus. Ich stand auch so ungefähr hier. Hab ich ihn geschmissen, der kann doch nicht einfach bis zum Mond geflogen sein. Ne. Ich dachte auch klar, das wäre schwer. Ja. Und ich kenne mein Glück. Wenn ich jetzt neun mache, hab ich nicht wieder da gefunden, den Speer. Na dann mach doch mal neun. Vielleicht den Speer wieder. Wir können uns hier nicht ewig nach dem Speer suchen, sie Dreck. Ne. Ich weiß noch was zu essen. Hallo? Ach, für die Scheiß. Alter, das Reh hat mich grad ein bisschen erschrocken. Alter, das Reh hat mich grad ein bisschen erschrocken. Ja, ich hab zumindest ein Reh getroffen. Ohne zu zielen. Stimmt, ein einziges Reh hast du getroffen, ja. The one and only. Alter, wie viel hast du davon schon gemacht? Reparaturwerkzeug. Schneeschuhe brauchen wir dann auch für das Biom, ne? Was ist bitte eine Zwille? Das müssen wir nachher googeln. Oder was heißt nachher? Wir machen es gleich. Ah Leute, das ist das, was Lüster benutzt. Wie nennt man es? Steinschleuder. Ja genau, Schleuder, ja. Null Damage gemacht. Lüster benutzt es nur in richtig überdimensional. Damals hat er aber so eine benutzt. Ich hab hier noch zwei alte Whatsapp Nachrichten von ihnen. Ja, weil sie ja auch ein scheiß Internet haben. Doch, hab ich. Aber ich hab's ignoriert, weil ich bin ein Prick. Zwille heißer. Alter, das war so ein when you see it. Was? Vor allem sieht der dich nicht? Jetzt hat er dich erst gesehen, Alter. Komm mal her, du Ruhe. Komm mal her. Mach da so Geräusche wie so ein wildes Tier. Jesus. Ist ja auch nicht vorbeigesprungen, hä? Was ist los hier? Ja, Alter. Ich hoffe nochmal ist er alleine unterwegs. Wie viel Leben hat er? Der lebt ja immer noch. Dario Bitch. Konnte man nicht eigentlich... What? Warte? Das sieht vielleicht so sehr verpackt aus. Fand ich aber auch. Gab's nicht sowas, man konnte irgendwie in der Alpha... ...so irgendwie die aus den Armen und Köpfen und... ...Beinen und so könnte man irgendwas machen? Ja, so ne... Geht nicht mehr, wa? Nee, ich glaub nicht mehr. So ne Statue kann man da aus dem Ding am Hand. Sind die irgendwie rausgenommen, keine Ahnung. So. Das war grad eben ein bisschen creepy mit dem Dude, der plötzlich einfach so da stand. Warte. Da rinnt noch ein Typ rum. Jesus. Cut off his... BP man. We're gonna take out of the dick. I'm sorry. Ja, äh... Morning Graphic Content. Was ist das denn für ein Bug? Was denn? Einfach so ein Löchner Schild im Boden. Ja, keine Ahnung. Dieses Spiel hat's halt so mit den Bugs. Spiel ist ein Bug. You a Hunter of Jesus. Made the... Christ... Yeah. Get your ass away. Run! Oh dear. Oh mein Gott. Wie fast. Ich hab doch gerade, ich fahr doch was. Warte mal. Hub da draußen! Wie kein Bastard. Ich muss dem Reh folgen. So nah du dem Reh bin. So erschöpfter das Reh ist. Und so toter ist es. Was? Oh ich hab ne Keule. Lo... Das ist so komische Schädelkeule. Wie es aussieht. Du musst jetzt regnen. Da ist es. Ja, ich seh's doch. Bin ich blind. Wo stehen man? Wo stehen man? Wir müssen mal wieder vorwärts kommen in dem Game. Ja, ich weiß noch was zu essen. Aber vielleicht entdecken wir noch irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Boah, Koffer. Einfach runter. Ja, da können wir gerade mal Blut abwaschen. Wie es aussieht. Ich weiß. Sieht wirklich ein bisschen dummer aus. Hallo? Danke. Tschüss. Alter, was lief da gerade rum? So eine Echse lief gerade auf dem Boden rum. So eine Echse lief gerade auf dem Boden rum. Das könnte so ein Waran sein. Rotte? Bin umgelegt. Mit einem Schlag? Ja. Na, die Keule macht auch schon Schaden, ne? Mit einem One-Shot. Nein, Spaß. Passt. Und jetzt brauchen wir ein Lagerfeuer. Was ist denn eigentlich das Billigste zu erledigen? Eigentlich das einfache Feuer. Ja. Reicht ja eigentlich auch. Können wir uns endlich mal schön was brutzeln. Wenn Max etwas brutzelt. Ich muss ein bisschen aufstehen. Oh, Junge. Get it hot and spicy. Yeah, boy. Ein bisschen Bildschirm so drinnen, ne? Jetzt kannst du nicht pennen, wa? Wir können brauchen wir jetzt noch eine auszubauen. Naja, das ist auch Verschwendung eigentlich. Mmh, delicious. Du hast gar nichts mehr zum Braten, lol. Das ist natürlich dann blöd. Ich kann Echsenhaut tragen. Ja. Dann mach. Oh, da unten wird's. So eine Art Rüstungsanzeige. Hammer nice. Hier oben haben wir die Arme. Nicht am Ende streng so Arme und Schädel mit sich rum. Was ist das für eine riesige Beute überhaupt, Junge? Ich hab keine Ahnung. Alter. Wer ist da? Ich dachte auch grad. Mami? Ja Leute. Willst du einfach mal jetzt hier? Guck mal. Ganz kurz. Zu aufwendig. Das hier ging eigentlich noch. Ja. Und so eine kleine Blockhütte wäre halt noch besser. Weil dann verbrauch ich keinen Stein und so alles. Na dann machen sie. Aber dann müssen sie erstmal 13 von den Dinger abfahren. 82 vor allem für die große Blockhütte. Was das für ein Bullshit. Die hab ich einfach so. Und dann fahren wir einfach gleich den ganzen Wald ab. Ich hab Leute und die Bastarde gleich ankommen. Ich hab... Schürig. Quittersganger. Da schreck ich mich so richtig krass, wenn das passiert. Ja Leute, wir haben tatsächlich auch mal überlegt, ob wir nicht nochmal wirklich ein neues Horrorgame antesten wollen. Ja und zwar. Müssen wir nun mal wieder eins finden. Das Leben von Dennis heißt es? Na Mann Maul, Alter. Das sind ja alles voll gruselig. Ja, ja, ja. Und am liebsten wäre man... Am liebsten wäre man tatsächlich so was Slender ähnliches. Nur halt... Nicht unbedingt wieder Slender, aber... Wir bräuchten halt wieder irgendwie mal sowas. Es würde bestimmt lustig werden und irgendwann brauchen wir halt mal wieder so eine Art Adrenalinschub und so. Klingt man natürlich eigentlich auch gerade bei The Forest, aber... Ist noch nicht so schlimm eigentlich. Vor allem nicht wenn man zu zweit zockt. Wahrscheinlich wenn man es alleine zockt zu Hause im Dunkeln. Dann ist es wahrscheinlich richtig schlimm. Und wenn man hier so zu zweit sitzt, ist das nicht so schlimm. Und fertig ist die Blockhülle. Ganz easy Leute. Zack. Liesst die rein. Speicherst. Wie gesagt, speicherst. So. So drückt halt ein Haar. Alles klar. Und easy wie Penn. So... Immer ganz viele Häuser machen. Ja. Wäre gut wenn man die wieder abreißen könnte und dann das Material wieder kriegt. Nö. Ja, geht aber nicht, ne? Gar nicht. Ja, wir werden eins wenigstens. So. Jetzt werde ich mir eins aufwärtig. Ich hab dann noch Green Tea. Achja. Könnte ich auch hier dringend sagen vor allem wollen, aber... Ja. Kann man das wirklich machen? Weiß es nicht. Komm wir spielen mit auf. Komm wir spielen mit auf. Bis zum nächsten Mal.